Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zurück bei 7 Days to Die und wir sind alle irritiert, was hier gerade vor sich geht. Der Mond ist rot und wir wissen gar nicht, was uns jetzt blüht. Die Danu ist aber mit dabei. Servus. Hi. Anubis. Moin. Dexa. Moin. Und ja, es ist eigentlich Tag 14 zu Ende. Jetzt müsste Tag 15 kommen. Also die Nacht von 14 auf 15. Haben wir uns am Ende verrechnet um eine Nacht? Wir rätseln. Eigentlich nicht. Wir rätseln. Wir hatten eine Riesenhorde in der letzten Folge. Wer sie nicht gesehen hat, ich empfehle euch. Das war das Gemetzel schlechthin. Dafür liebe ich dieses Game. Wenn alle Zombie-Survival-Games das immer bieten würden, wäre echt klasse. So ist es genial. Da haben sie es echt gut gemacht, muss ich sagen. Also mal ein großes Lob an das Game. Muss man auch mal immer loswerden. Ja. Das macht richtig Laune. Ja, also ich habe irgendwie die Befürchtung. Wir haben jetzt nach hinten oben eine Rampe. Ich baue mal die Brücke nach außen raus, ja? Da geht jetzt eh keiner mehr. Ja, ja, baue es ab. Die ist jetzt weitestgehend weg. Und ähm... Sind die Waffen schon repariert? Ich bin noch mittendrin. Oh ja, ich bin noch mittendrin. Ja, nur wenn die jetzt kommen, deshalb hatte ich gefragt. Also es sind noch welche da, so ist es nicht. Ja, ich sehe gerade, die Hunting-Rifle nimmt dieselbe wie die Sniper, oder? Auch die sieben... Ja, genau. Nehme ich mir mal kurz eine Hunting-Rifle, so lange. Weil ich habe irgendwie schon so ein bisschen Bedenken, also mit dem Roten Mond. Naja, aber da bis jetzt noch nichts ankam und das ist schon kurz vor Mitternacht, denke ich, da wird das auch nichts Größeres kommen. Also vielleicht eine normale Horde, aber keine richtig große. Ja, das ist irgendwie komisch, ne, dass der Mond schon wieder rot ist. Ich dachte, der ist immer nur dann rot. Eigentlich schon, ja. Wir sind alle irritiert, wie ihr merkt. Ein bisschen. Aber vielleicht haben die Profis unter euch ja schon wieder die Hinweise, was hier eigentlich los ist. Vor allen Dingen, wo diese Horde herkamen, die wir da das letzte Mal in der letzten Folge hatten, das haben wir noch nicht ganz verstanden. Es waren einige Schreierinnen dabei. Wisst ihr übrigens, wie schön das ist gerade. Es ist so schön. Ich laufe so schnell. Ich könnte die ganze Zeit im Kreis laufen vor Freude. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Oh Mann. Er hat es geschafft. Haben wir irgendwo Tape? Ja. In den Mittleren oder so, ja. Wollt Klosfragments? Ja, die habe ich bei mir in der Supply-Kiste unten. Wo ich stehe. Ja, sehr schön. Aber Koya, dann schau, dass es dabei bleibt. Wo? Was fehlt? Dabei, dass du laufen kannst. Ich, ich, äh... Also bitte nicht wieder beim Bruch, ja? Tu mein Bestes. Ja. I do my very best. Weg damit, das brauchen wir nicht. Ja. Das kann auch gescrappt werden. Jetzt kommen wir schon bei drei Seiten hoch. Kann man auch mal alles wegmachen. Oh, hier ist mein Ding Helm mit 195, den einer nicht wollte, dann nehme ich den. Ich brauche hier so lang. Qualität zu Bad Koya. Ja, ja, ja. Also ich glaube, der knüpft das alles hier von Hand von. Er muss wahrscheinlich erst das Repair-Kete stellen, oder? Ja, genau das ist es. Was ist los? Nein, 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 ich rede, nein, ich rede doch nicht mit dem Anubis, ich rede hier, nein, bei mir, ich baue hier auch, ich, beziehungsweise ich nehme auseinander und das braucht so lange. Deshalb bin ich so ungeduldig. So. Wollen wir auf der vierten Seite auch noch eine Rampe? Ich würde sagen, die baue. Ich verpasse jetzt das Ding. Es ist, es ist schon strange, ne? So, jetzt kann das wieder zurück hier. Kleber rein. Das kann rein. Man braucht auch Clay zum Eisen schmelzen, oder wie war das? Ja. Nein, zum Schmelzen nicht, aber zum Herstellen. Zum Herstellen, ja. Ja, für die Wachen dann, ne? Genau. Ja, genau. So, wie sieht's denn bei euch aus mit Eisenrüstung? Fehlt noch irgendwie was? Und da hat jeder alles. Scheiße, das ist ja eine Schuhe. Eisenschuhe würden wir noch wählen. Die kann ich, die kann ich auch noch nicht, leider. Doch, kann ich. Eisenschuhe kann ich. Moment, dann baue ich. Also, Xa brauche ich, Danu brauche ich. Ich kann gerade nicht. Ich brauche auch, dann gehe ich mal davon an, dass Anubis auch braucht. Wahrscheinlich, ja. Iron Boots, 1, 2, 3, 4. Warum kann ich nicht craften? Ach, you do not have the required receipts. Ach so. Das ist nur, weil ich die Materialien habe hell hinterlegt. Das Buch ist nicht hell. Ja, okay. Ne, die kann ich nicht. Entschuldigung. Ja, die find ich mir auch noch. Ja. Also, es sind heile Pistolen da. Es sind heile Hunting Rifles da. Sniper Rifle mache ich jetzt heile. Oder ne, kann ich nicht. Schade. Dumm gelaufen. Und wir haben vier Rampen. Also, wir kommen jetzt auf jede Seite hoch auf die Mauer. Ich lege mal noch eine kaputte Hunting Rifle rein. Also, ja, so ein bisschen kaputte. Die Sniper Rifle kannst du nicht reparieren, oder wie die? Momentan nicht. Da habe ich noch nicht das Rezept für. Schade. Na gut, nehmen wir die Hunting Rifle. Die ist ja auch gut. Die Shotgun ist scheinbar auch repariert. Ja, ich baue jetzt aber gleich eine neue. Ich muss erst mal die Teile in meinem Inventar haben und dann baue ich eine neue Shotgun zusammen. Oh, die Ruhe. Oh, eine 416er Pistole. Das ist nice. Ei, 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 ei. 416er. Hm. Schön. Ja, roter Mond bringt uns jetzt aber auch nichts. Irgendwie. Kommt auch heute nichts. Kommt auch heute nichts, nee. Hast du eine Fehlermeldung? Soll ich mal eine generieren, soll ich mal das Spiel zum Abschluss bringen und dann schauen? Nein, nein, nein. Nein, nein, danke. Verzichte frei, bitte. Verzichte. Weiß gar nicht, was ihr habt. Wir hängen an unserem Leben. So. Jetzt muss ich erst mal mal teilen. Ja, die anderen zumindest. Ich nicht, aber. Wir nehmen. Wir nehmen mal alles raus hier. Shotgun raus. Anubis ist vertieft. Ja, Anubis baut, Anubis baut jetzt Schrotflinten. Aber es gibt doch auch diese Militärrüstung, oder? Ja, die ist relativ selten. Und jetzt nicht wirklich besser als die Eisenrüstung. Die kann man aber nicht bauen, oder? Wüsste ich jetzt nicht. Ich hab die bisher immer nur als Loot gefunden. Okay, weil mich wundert's gerade. Ich bin gerade mal so die Rüstungsrezepte durchgegangen. Ich, äh, was, was kann ich noch zusätzlich machen zum Rüstungsmachen? Weil ich bin so ziemlich arbeitslos. Das Einzige, was du machen könntest, wäre noch auf, äh, Reparieren zu skillen, damit du die Sachen ohne großen, äh, Qualitätsverlust reparieren kannst. Gibt's den Repair-Skill, oder was, separiert, oder was? Mhm, gibt's. Ich dachte, das ist dann beim, beim Smithing mit dabei. Äh, ja, ist es auch. Aber es gibt noch einen zusätzlichen, einen Skill, der man auch leveln kann. Und kann das eben dadurch noch, äh, viel weiter senken. The Fixer ist es. Genau. Okay, da brauch ich noch ein paar Punkte mehr. Und kann ich den mal mitmachen? Ich schau grad mal, was hat denn eigentlich meine Rüstung jetzt bei diesem Riesenkampf das letzte Mal? Also, hat gar nicht so, äh, so gelitten, muss ich sagen. Ne, meine, musst du auch nicht reparieren. Tut mir leid, Kohler. Oh, ist okay. Kann ich mit leben. Ich werde mich das nächste Mal mehr von Zombies klappen lassen, damit du was zum Reparieren kriegst. Ähm, was kann man eigentlich zimmern? Wir haben ja alle eine, also es ist ja so, im Grunde genommen, die Rüstung besteht ja aus verschiedenen Lagen. Ne, man hat eine Hose an und darüber hat man noch eine Amor, ne? eine Rosen-, eine Bein-Rüstung sozusagen. Genau. Ich kann jetzt eigentlich nur bauen diese Plant Fiber Pants, oder? Kann ich noch irgendwie, weil diese Cloth scheint schon als Rüstung zu zählen. Oder weiß da jemand mehr? Das weiß ich auch nicht, nein. Ne, ne, zählt nicht direkt als Rüstung, aber hat halt andere Werte als jetzt die Fiber-Teile. Ne, die geht drüber. Eben, es geht nicht auf den Fiber, Plant Fiber. Ich glaube, du kannst nur gefunden, eine Hose sonst noch drauflegen, oder? Ich schätze auch, dann muss ich da nochmal, weil wir haben ja, also dieses Shirt, die Hose. Ja. Ja, das sind eigentlich die beiden. Shirt und Hose, die sind irgendwie, da krieg ich nichts anderes rein in den Slot, außer diese Plant Fiber-Dinge. Dann baue ich da nochmal, versuche ich da nochmal ein bisschen was zu bauen und Bandanas, das muss ich mal wieder bauen, merke ich gerade. Meins ist zumindest recht schlecht. Bauen wir mal ein paar Bandanas. Bandana würde ich auch nehmen, weil meinst du das ganze 26? Ui, okay, was ist das? Ist das gar nicht mal noch wer in der Kiste dran? Ich baue jetzt welche. Das coole, doch arbeiten. Jojo, hat ja gar nicht. Hatte mich nur gewundert, dass du noch mit so einem schlechten Banana rumrennst, obwohl dir in der Kiste schon seit einiger Zeit schon was ordentlicheres rumleckt. Oh, ich hab jetzt hier Bandanas für alle. Ach, ich warte einfach, bis Koja dann was richtig Gutes baut. Das lässt du dann in der Truhe liegen, weil es zu schade ist zu anziehen. Genau. So, und das sollte da eigentlich auch nicht rein, sondern das sollte da rein. Ist die Nacht bald mal rum? Ich will wieder los. Ja, es ist schon halb drei. Halb drei, wunderbar. So, nächste Knöpfte. Was macht die Munition? Noch nicht wirklich viel. Munition kommt gleich dran. Ich muss jetzt erst mal die Bomben fertig kriegen. Hm. Wollen wir dann mit der Schatzkiste nochmal einen zweiten Anlauf machen, oder? Ja, würde ich sagen. Aber nicht ohne Schrotglinte. Und nicht ohne Schaufel. Nein, du hast versprochen, du nimmst eine Schaufel mit. Ja, ja, ja. Ich halte mich da auch dran. So ein Mist mache ich doch nicht. Ja, das ist gleich nochmal keiner rennen. Nimmst du das, glaube ich, mit, oder? Nimm zwei mehr von den Highlanden mit. Äh, da sehe ich übrigens, dass wir nur noch fünf haben. Okay, dann müssen wir wieder in die Wüste. Wollte ich gerade sagen. Das klingt nach Wüste, ne? Mhm. Kann ich auch gleich hinwählen. Hm. Oder hat jemand zufällig ne Schatzkarte, die in Richtung Wüste zeigt? Also schon ne Schatzkarte habe ich gerade keine, aber ich könnte die einlesen, die noch irgendwo in der Kiste liegt. Dann könnte jeder von uns zu nem Schatz rennen, theoretisch. Ja, genau. Nimm sie dir. Ich hatte die ja reingelegt. Haben wir das eigentlich gesagt, was der Xalis gefunden hat? War das in der Folge, oder war das dazwischen? Das war noch in der Folge, wo wir das noch eingelesen hatten. So. Äh, Plant Fiber, genau da. Fiber Head, Hood, Blubber, Pants. Ich werde heute etwas unseren Ein- und Ausgang modifizieren, ja? Okay. Schöne Treppen? Nein, keine Treppen. Oh, ich habe aber doch so schöne Treppen gebaut. Ich weiß, aber ihr wollt früher oder später mit einem Balken ein und raus. Oh, das klingt gut. Ich habe neue Waffen hergestellt. Sehr schön. Und jetzt Munition, ganz wichtig, damit wir losziehen können. Ja, ich komme sofort. Ähm. Wie viel Munition hast du noch von der 7? Was weiß ich nicht? 80. 7 Stück. Könnte noch was brauchen. Ja, 80 sind auch ganz schnell verballert. Also, da brauchen wir richtig. Dann brauche ich Bullets, äh, Bullets brauche ich. Gut, ich baue dann schon mal wieder die Brücke auf. Die Nacht war ja scheinbar ruhig. Bullet-Tipp. Ne, nicht keine 6.000, oder? Und du siehst jetzt vielleicht links und rechts schon die Rampen, die ich baut habe. Äh, ich glaube 6.000 werden dann doch ein bisschen zu viele für den Anfang. Wie viel, äh, wie, oder wie baut man denn hier die Brücke wieder auf? Bin ich gerade so ein bisschen am... Äh, crouchen, rübelschauen und hoffen, dass es nicht abstürzt. Äh, ich mach's da im Moment. Ne, ne, bin schon. Kriegst du das hin? Ne. Dann lass mich hier. Lass mich, komm. Ich mach dich jeden Tag. Jemand wächst mit seinen Aufgaben, oder... Du fliegst mal gleich runter in die Spikes, Koja, bitte. Halt schon mal die Bandaschen, Berät. Ich hab Angst, du, den armen Koja. Okay. Oh, jetzt. Bin zwar merkwürdig. Steht doch super. Klingt komisch, ist aber so. Was, hab ich? Hast du irgendwie merkwürdig gedreht? Ah, ja, 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 das, äh, ja, 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 ja. War das Absicht? Nein. Ja. Wo kommst denn da drauf? Oh, Mann. So, jetzt Munition. Da, wenn du denn heute zurückkommst, machst du uns neue Range? Ja, ich kann auch gleich... Oh, die Shotgun ist ja mal richtig nice. Gar nicht weg. Da brauchen wir auch noch einen Muni für, da hab ich alles verballert, was wir hatten. Shotgun ist richtig cool, Wahnsinn. Haben wir da mehr als einen, nein, gell? Einen Shotgun haben wir auch zwei, ja, aber die eine hat 310 und die richtig gute hat 477. Das ist schon... Okay, dann warte ich noch ein bisschen, bis wir besser werden. Was? Ja, nimm du ruhig mit, ich, äh, mir reicht die Handding auch erst mal. Das gibt's ja wohl nicht. Wie viel Shotgun-Munition haben wir? Null. Ja, siehst du deswegen? Exakt mal Null. Ja, haben wir das noch mit? Bottled Water brauche ich dann eigentlich nicht mitnehmen, nehme ich über den Red Tea. Was macht denn der eigentlich? Wellness hochbringen. Wellness? Und was? Im Prinzip geht's bei den ganzen Teen hauptsächlich... Ja, der kühlt auch noch. Natural Cooling, Stamina and Rehydration. Im Moment, wo dieser gelbe Tee, den haben wir gar nicht mehr, ne? Äh, davon haben wir... Weiß ich nicht, haben wir momentan keinen? Ne, das sind aber flowers drin. 98. Okay, dann mach ich uns welchen. Da, lass ich mich kurz rein. Ja, gerne. Wo waren wir eigentlich jetzt die Wüste? Moment, die hab ich doch... Da hinten. Und da... Nee, da haben wir übrigens auch noch. Irgendwer wollte letztens Kaffee haben. Sehe ich das richtig, dass wir hauptsächlich 7,62er brauchen? Und Shot. Also mal so... Ja, Shotgun mach ich sowieso. 60, 70 Shot oder so pro Kopf, wär nicht ganz verkehrt. Ähm... Halb 5, wann wollen wir los? Augenblick brauche ich noch. Ja, so mit wenig Schuss los. Ja, für die Munition, oder? Bitte? Für die Munition, glaube ich, muss noch ein bisschen warten. Hm. Ja, ich bin mittendrin. In wer, Herr Kessler, die Schatzkarte? Äh, in der, wo die Quests sind. Ähm, unten, unterste, glaube ich, oder mittlere. Eine von den beiden. Ah ja, gewonnen. Okay, hier kommt es ordentlich durch. Also ich muss noch irgendwas anderes bauen hier. Oder irgendwas draußen machen. Was können wir denn tun? Soll ich noch ein bisschen Eisen abbauen? Soll ich noch mal irgendwie was hier kaputt machen? Spikes abreißen. Also meine Schatzkiste liegt in die ganz andere Richtung von der Wüste. Okay. Okay. Wir müssen uns halt entscheiden, was wichtiger ist. Äh. Schatzkiste jetzt holen, oder? Ähm. Äh. Wüste. Wüste, genau. Danu, wie ist denn das mit der Befestigung draußen? Danu? Danu ist gemutet. Ähm. Ähm. Äh. Äh. Was brauchst denn? Also halt wohin? Andersrum. Äh. Ja, ne. Daher vorne die kannst abreißen. Äh. Eben. Es geht darum. Was hier vorne, die soll ich abreißen? Die kannst du abreißen? Ich hole mal ne Schaufel, weil dann kann ich weiter pullen. Okay. Dann rupfe ich die halt schon mal weg. Genau. Und ich organisiere mal. Die gehen ja flott weg. Wenn du überlegst, wie lange man da früher drauf umgenagelt hat. Ja, aber genau weil die so schnell weggehen, muss ich sie ersetzen. Naja. Und so bis ist das auch kein großes Hindernis. Wahnsinn. Ich mach erstmal nur die ganz normalen Shotgun-Shails, ne? Gibt's da noch spezielle, oder wie? Ja, gibt es. Ja, die machen ja Schaden. Und Koya da vorne. Oh, was? Wie? Da, auf der anderen Seite von der Brücke. Ach, hier soll ich anfangen? Ja. Weil da werde ich jetzt dann puddeln. So. Kannst du nicht einfach unten drunter weg puddeln? Doch, aber irgendwann fliegen wir die im Kopf und dann machen die unten die Spikes kaputt. Achso, ich dachte, die machen da nix, wenn sie kaputt gehen. Können unter Umständen machen sie gar nichts, weil sie nicht runter fliegen. Aha. Aber wenn sie runter fliegen, machen sie mal die Spikes unten kaputt. Okay. Deswegen hab ich mir jetzt angewöhnt, ich mach sie vorher weg. Weil die Spikes dann noch einmal bauen, ist zu mehr. Ja, aber wenn du nur puddelst, ohne gleich Spikes zu bauen, dann fallen die runter und sind... Ja. Ja, ja. So. Aber sie würden es dann runter fallen, wenn sie einen Halt verlieren. Das dauert bei denen eine ganze Weile. Aha. Und dann kommt hier ringsum so ein Graben und vor dem Graben willst du dann noch eine zweite Mauer? Oder wie? Ähm, da wo du diesen grünen Streifen hast, da kommt noch eine Mauer hin. Ach, hier zwischen? Ja, genau. Und da bleibt ein Streifen, wo wir gehen können, damit wir den Loot einsammeln können, falls sich da in der Zwischending mal ein Zombie reinverirrt und Loot da lasst. Mhm. So der Plan. Gibt auf jeden Fall eine wunderbare Angelegenheit für viele Bandagen. Ja. Ich habe jetzt schon mal 166, äh, 762er in der Munitionskiste. Klingt gut. Angelegenheit für dich. Dagegenheit für dich. Ich weiß nicht, dass ich die Erde und die Füße wegbudel. Als Glaube Cos references. Nö, 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 nö. fach du mal das. Ich bin schon über alle Berge. sewand RUCo Hehehe, warte ich dann höre. Au, ich hab nen Knochen. Oh, ich hab nen Knochen. Ja, das wäre es. Du buntst die Erde und im Falle ins Loch, und habe meinen Knochenbrauch wieder. Oh je. ja ich glaube auch dann solltest denn sie ist ja jetzt gehen das wird gefährlich so weg damit aber ich finde das gut ist ja nicht so einfach ne ist ja an sich ist das gut das ist nur so für den let's play da hast du erstmal drei folgen knochenbruch das ist schon aber im prinzip passierte ja nichts war ja gerade auch trotz knochenbruch in der in der zombie horde okay gut alleine wäre es ein bisschen doof geworden ja bei der menge ist sicher dass ich auch zu zweit mehr probleme gehabt schätze ich das ist 6 uhr wollen wir los du kannst bei einer shotgun-militung bekommen reichlich ja ja ich mache hier draußen noch ein bisschen hier ist es kaputt bist du sagst du bist fertig und wir los können ich sehe schon nachher sind die ganzen sticks und unsere ganze basis weg ja ich bin jetzt an der ecke ich musste es auch noch schaffen heute unterwegs mit kraften lassen es geht auch schnell eine hübsche shotgun nehme ich mal mit und ich nehme eine pistole mit eine rüstung ist einfach zu gut die geht nicht mal mehr kaputt das problem ist ja dass das alles ein anderer skill ist bei werkzeug hast du ein skill und bei rüstung hast du schwere rüstung leder rüstung leichte rüstung kleidung also hier tailoring kannst du auch schön mit baumwolle leveln ja ja genau aber bringt jetzt auch nicht so viel außer eben deshalb hatte ich ja für ihn gefragt das ist im grund genommen nur für die für die hose und für dieses hemd was man trägt das ist tailoring mehr scheint da nicht zu gehen ja irgendwie wirkt es bei rüstungen noch lange nicht fertig glaube ich also ich hoffe da kommt noch mehr an sachen die man dann wirklich auch ohne dass es jetzt böse gemeint ist ja ich meine natürlich ist es nützlich aber es ist halt ein bisschen wenig dass man da ein teil braucht und dann brauchst du es eigentlich nicht mehr im grunde genommen schon vor allem geht es halt auch nicht kaputt da so lange eine rüstung drüber ist also 250 250 schuss shotgun sind jetzt auch in der kiste okay lassen wir mal kurz hier den steg stehen wo die wo die brücke drauf ist dann oder ja ja das versteht nur wir können und dann holt die munition und dann können wir los ist zwar ein bisschen später ich denke wir schaffen es noch ja doch schaufel hast du schaufeln habe ich die ist zwar jetzt ganz leicht angeknackst aber muni 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 da oben bandagen alles da hat jeder schon schuss bandagen die kann ich mir die sieben kannst du dir nehmen ich bin noch am nebenbei am nach produzieren werden wir losrennen okay wo tue ich denn dort rein den dort dann haben wir alles gegessen hatte ich vorhin ja nämlich noch mal einen kleinen happen schaufel habe ich ja wieso fragst du ich weiß schon warum ich habe ich bin ja jetzt auch nicht ganz doof ja tschuldigung froschemalzen kommst du mit xa oder gehst du woanders hin ich bin jetzt schon in der wüste und ach bist schon in der wüste wenigstens einer während ihr da tratscht tratscht gebuddelt haben wir so an du bist hinter mir ja ja ich bin hinter dir guck mal wie schnell ich bin hast du das schon mal gesehen hätte ich gesagt nein aber ist okay ach ja ich fliege ich fliege über diese welt ist es unglaublich ist es ein solch ein hoch übertreibst nicht du brauchst nicht schon wieder ein knochenbruch okay spring mal platz irgendwie kann ich mir das so richtig bildlich wo bleibst du halt ich flesse so hier ist eine kirche in der nähe habe ich gehört da soll es ziemlich cool sein soll ich wieder mitkommen ich laufe hinter dir und ich habe mir schrutschen dem anschlag man muss man ob es gerade mal anders stellen hier ich habe gerade ein bisschen schlechte sicht so ja scheiß auf die kirche aber es war cool also ich muss ganz ehrlich sagen das war die größte action die wir bisher in dem spiel hatten in dem das war eine nette ballerei auf jeden fall ja vor allem konnte man da mal richtig üben und diese ganzen köpfe platzen lassen das das hat geschult am anfang habe ich so scheiße getroffen und am ende ist gut ab so wohin laufe ich eigentlich völlig falsch weiß ich nicht was die richtung angeben nachladen soll helfen wo ja ja ich würde doch nicht vergessen die hat noch gelebt so da kommen rein damit genau ist ein ganz gutes stück diese kiste vor allen dingen ach gott ich weiß da was was hat er denn jetzt naja sagen wir es mal so ist das da unten nicht ein bremdes biom sieht so aus mhm da hat man wo der schatz ist ich nehme einfach mal die sports pack über die du gerade rüber gestiefelt bist mit mach das mach das ich habe ja eine eisenrüstung an die sind die macht ja kühl oder ja genau hey gut okay und ich habe auch diesen kühnten tee mit also insofern sollte uns ja eigentlich nichts und notfalls ziehst du alles aus was plus isolation macht dann soll es besser sein da muss ich gerade mal gucken ob ich so einen mantel noch an habe ja den habe ich an den habe ich an ja den ziehe ich aus na gut dann gehen wir mal weiter ich würde mich kaputt lachen wenn das ding genau da ist wo wir schon mal gebuddelt haben aber ganz ehrlich dies hat auch so ein bisschen seiner bedrohung verloren dieses brennende biom jetzt mit den waffen obwohl diese brennen zombies glaube ich immer noch ganz gut aushalten links ein bär lauf lauf habe ich gesehen das habe ich gesehen ja ja glückwunsch ja wah sensationell oh es geht in die wüste ja dann kannst du ja ein bissl aloe mitbringen ja ja nur weil xa extra für aloe aufgebrochen ist und wir haben uns achst du dann kriegen wir die doppelte portion für die ja ja ist ok es war halt nicht zu sehen mal eh ja oh level up level up hankt ihr jetzt auch noch an zum singen in dem spiel da vorne ist eine pyramide ne ja ne das ist ein lager komm das nehmen wir mal auseinander kurz ja er hat kurz gesagt ich komme wieder ja ne ja da vorne ist noch eine oh du hast einen besonderen im flug hat sie zerlegt ja war gut und noch eine ok so looten wir die mal du tu mal da ich tu mal hier tu mal da so was war das habe ich denn hier raus geholt ach bandana ok was willst du denn hinter dir koja bitte er hat sich verirrt er hat ja gar nichts zu suchen in dem biom jetzt wo koja bandana sind fallen grad noch ein ja bitte ja toll hängt mal auch oben und mir das bandana abgelassen nur damit wenn er wieder kommt damit es nicht noch immer da drin ähm was ist das mach dir nackt nix so kriegen wir eben so klein damit das nicht haben wir ein bisschen milition das ist gut oh wir sind hier alles iron cloths shotgun parts hunting rifle parts spiked club ja kann man aushalten soll man das auto auseinander nehmen oder nee lass den kommt sonst haben wir gleich das inventar voll warte mal hier ist noch ein rucksack es ist nicht der okay na gut dann hast du alles was denn im zelt drin in dem anderen ja war ich okay dann komm weiter moment wo ist die kiste da wir sind da oh auch gut dann frohes schaufeln und wir sehen uns in der nächsten folge wieder huch warum schießt du denn jetzt auf den boden weil ich mir dachte hey boden ja gut tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020